Unsere Welt ist turbulent, laut und versettenreich. Manchmal spannend, manchmal beängstigend. Das Leben pulsiert und trotzdem können wir mit dem, was uns beschäftigt, allein sein. Der Mensch braucht Gemeinschaft. Selbsthilfe bedeutet Gemeinschaft. Und sie ist so vielseitig wie die Menschen, die sie zum Leben erwecken. Bist du auf der Suche nach Menschen wie dir? Das Netzwerk Selbsthilfe und Ehrenamt weiß, wo du sie findest. Deine Gruppe zu deinem Thema auf netzwerkselbsthilfe- und ehrenamt.de